2021 war für Sarah Engels ein bewegtes Jahr. Sie gab ihrem Julian bei einer romantischen Trauung das Ja-Wort und brachte die gemeinsame Tochter Solea zur Welt. Gemeinsam mit Söhnchen Alessio, der aus Sarahs Ehe mit Pietro Lombardi stammt, ist die kleine Familie perfekt. Auf Instagram teilt die Sängerin nun ein neues Bild ihrer kleinen Tochter und verrät, wem sie besonders ähnlich sieht. Das Gesicht von Baby Solea hat Sarah Engels bisher noch nicht komplett gezeigt. Der neue Schnappschuss lässt aber trotzdem erahnen, wie niedlich die Kleine ist. Auch wenn Solea auf dem Bild nicht ganz zu erkennen ist, verrät Sarah, ob die Kleine ihr oder Papa Julian ähnlicher sieht. Sie sieht übrigens genau aus wie Papa und hat kristallblaue Augen, dafür aber Mamas Näschen. Schon zwei Monate ist Solea mittlerweile alt und Sarah könnte mit ihrem Töchterchen nicht glücklicher sein. Zu dem Foto schreibt sie außerdem, unser kleines Mauselinchen ist jetzt schon seit zwei Monaten bei uns und es fühlt sich an, als hätte es nie ein Leben ohne sie gegeben. Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes unser Sonnenschein. Sarah Engels' Ehemann Julian scheint ebenfalls ganz verliebt in seine Tochter zu sein. In den Kommentaren unter dem Post schreibt der Fußballer Sinn des Lebens. Untertitelung des Lebens auf der Estate Xiang. Sie ist eine gute Idee. Bitte schön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017